Wer viele Füller hat, braucht natürlich einen Aufbewahrungsort für seine Füller und den findet er hier bei der Firma Loxor, die sich darauf spezialisiert hat, für Sammler spezielle Objekte für die Präsentation der Sammlung zu kreieren. Das heißt, wir haben hier ein Sammelkästchen, das wir MOBIS nennen, das speziell für Füllhalter und auch für Edelfüllhalter gemacht wurde, bei dem auf alle Möglichkeiten Rücksicht genommen wurde. Es wurde Alcantara verwendet, auf das die Füller aufgelegt werden können, was sich dadurch auszeichnet, dass es im Gegensatz zu Leder keine Gerbseil oder irgendwelche andere Stoffen, die in die Oberflächen von Füllfederhaltern angreifen könnte, ausdünstet. Wir haben sehr viel Wert auf ein spezielles Glas gelegt, das nahezu reflexfrei ist, das als Verbundglas ausgeführt ist, dass es also auch nicht splittern kann und dann auch noch eine 99% UV-Absorption hat. Das heißt, wir haben hier einen Lichtschutzfaktor von 100 und das ist gerade für Ebonit- und Zelluloidfüller sehr interessant, weil die ja nicht im normalen Sonnenlicht und damit speziell der UV-Strahlung ausgesetzt werden sollten. Und das alles wurde hier aus massiven Materialien gefräst, aus massiven Aluminium. Sie haben die Möglichkeit, den Deckel für die Sammlung entsprechend auch zu entfernen, dass Sie also auch in einer Vitrine eine entsprechende Darstellung Ihrer Schätze durchführen können. Und um diese Sachen entsprechend zu transportieren, haben Sie dann auch die Möglichkeit, den Deckel wieder aufzusetzen, Ihre Schreibgeräte reinzulegen, noch mit einem Schutztuch die ganze Sache zu versehen, damit Sie nicht gegen das Glas hier umkommen. Und dann eben auch entsprechend zu transportieren. Verriegelt, ist es dann verriegelt? Verriegelt, die sind dann hier verriegelt. Hier sind spezielle Riegel- und Federmechanismen drin. Das heißt, durch das Betätigen der Tasten wird mit einer kleinen Federkraft der Deckel angehoben, dass Sie den auch ganz leicht öffnen können. Der ist dann auch fixiert in einer bestimmten Position und Sorgschicht dargestellt. Okay, ja, dankeschön. Die Internetseite, wie ist die? Die Buchte finden Sie auf www.logsor.de